Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Pasta Aglio e Olio. Pasta Aglio e Olio Eitel, für Nudeln mit Knoblauch und Öl, ist eines der Grundrezepte der italienischen Pasta. Entweder ist die Pasta ein Hauptgericht oder sie wird als erster Gang Eitel, Primo Piatto, nach den Vorspeisen Eitel, Antipasti ist gleich vor der Mahlzeit eines italienischen Menüs gereicht. Für eine Person als Hauptgericht oder zwei Vorspeisen werden folgende Zutaten benötigt. 125 Gramm Nudeln, zum Beispiel Spaghetti, 3 Esslöffel natives Olivenöl, 3 bis 14 Knoblauch, Viertel BD glatte Petersilie, 25 Gramm Parmesan, frisch gemahlener Pfeffer, Salz oder Meersalz. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Hortopf, Knoblauchschneider, große Pfanne. Zubereitung Soße Knoblauch in feine Scheibchen schneiden oder würfeln. Im Olivenöl leicht anbraten, nicht schwarz werden lassen. Petersilie fein hacken, später über die fertige Pasta streuen. Mit Pfeffer und Salz abschmecken. Pasta kochen Die Pasta al dente kochen. Würzen am Tisch Salzmühle, große Pfeffermühle, fertig geriebener Parmesankäse, Pecorino oder Prinz. Als Beilagen eignen sich Zum Hauptgericht, in Salata Mister. Als Primo Piatto, keine Diese Varianten gibt es Knoblauchspaghetti, Pasta Aglio, Olio e Peperoncino, Spaghetti Aglio e Olio, Spaghetti mit Knoblauchöl und Chili, Spaghetti mit Olivenöl. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung Zubereitung Zubereitung